Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Videolern-Serie Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector, mittlerweile in der Version 18. Und ich benutze die Abo365 Version und habe die jetzt seit über einem Jahr in der Benutzung. Und ich bin recht zufrieden damit und möchte euch nun Neuerungen in der Version 18 vorstellen. Heute geht es dabei um den Formdesigner. Das ist ja ein Feature, was CyberLink auf der Homepage hier anpreist. Und zwar, dass der Formdesigner jetzt mit konfigurierbaren Vektorgrafiken arbeitet. Eine kurze Info, was sind Vektorgrafiken? Es ist, entweder gibt es eine JPEG-Grafik oder eine Vektorgrafik. Die JPEG-Grafik hat immer eine feste Anzahl an Pixeln, die ich im Vorfeld definiere. Die Vektorgrafik hat solche Pixel nicht, sondern hat, egal wie groß ich sie skaliere, immer die gleiche Qualität. Und das ist letztendlich ein großer Vorteil, weil jetzt, wenn man hier diese Sprechblase sieht, egal wie groß man sie zieht, sie sieht immer qualitätsmäßig zu 100% aus. Und das wollen wir jetzt heute einfach mal testen. Wir gehen in das Programm rein. Ich habe eine Videodatei schon mal hier hingelegt. Wir befinden uns hier in Domaso am Comersee in Italien. Und jetzt möchte ich den Formdesigner aufrufen. Und das ist gar nicht so einfach, weil hier oben findet man ihn nicht. Sondern man muss hier auf dieses Symbol gehen, Video Overlay Raum BIP-Objekte. Und dann habe ich halt hier, sage ich mal, jetzt zufälligerweise schon die Form ausgewählt. Das sind nämlich genau die Formen. Und hier habe ich schon ein paar Formen in der Auswahl, die ich natürlich auch benutzen kann. Ich möchte euch aber zeigen, wie man eine eigene Form erstellt, weil die vorgefertigten vielleicht nicht immer passen, von den Farben zum Beispiel. Okay, wenn ich hier drinne bin, in dem Video Overlay Raum, dann gehe ich auf das Symbol, neue Formen erstellen, klicke drauf. Und jetzt öffnet sich der Formdesigner. Und jetzt habe ich hier entsprechende Formen. Zufälligerweise ist jetzt hier dieses Quadrat ausgewählt, beziehungsweise Rechteck. Durch einfache Auswahl kann ich diese Formen hier entsprechend umändern. Das ist sozusagen die Vorauswahl an Formen, die ich habe. Mich würde jetzt diese Form hier interessieren, um in diesem Video eine gewisse Ortsangabe zu machen. Das heißt, ich erinnere mich grob, wie mein Video aussieht und kann hier letztendlich relativ simpel mit der Maus diese Form platzieren, größer machen, kleiner machen. So, das soll es jetzt erstmal so sein. Dann haben wir hier gewisse Vorgaben der Formatierung. Das gefällt mir aber persönlich nicht. Schauen wir uns die nächsten Menüs an. Form Füllung. Sie ist weiß. Das könnte ich hier drüber ändern, dass ich sage, ne, das ist mir nicht die richtige Farbe. Ich mache es vielleicht eher grau. Dann kann ich das so tun. Ich bleibe allerdings bei dem Weiß mal. Und Unschärfe, ja, ist Spielerei. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Hier kann ich noch die Opazität einstellen. Das kann manchmal sehr schick sein, wenn ich nur einen Rahmen haben möchte. Aber ich sage, Opazität soll 100% sein, damit die Schrift auf jeden Fall richtig gut lesbar ist. Dann gehen wir zum Formumriss. Da habe ich hier drei Linientypen gestrichelt und noch feiner gestrichelt. Dann kann ich hier noch die Größe einstellen. Und auch hier eine gewisse Unschärfe. Ich bleibe bei der durchgezogenen Linie. Bei mir soll die Unschärfe gar nicht vorhanden sein. Auch hier kann ich die Linie durch die Opazität entsprechend verändern. Die Farbauswahl, wie eben gesehen, ich bleibe bei dem Blau, das gefällt mir. Dann ein Schatten. Das sieht natürlich so jetzt nichts aus. Also muss ich als erstes die Entfernung mal verändern. Und ein Schatten ist, finde ich, immer schwarz. Oder eine dunkle Farbe auf jeden Fall. So, da mache ich noch ein bisschen Unschärfe rein, dass der nicht so hart aussieht, der Schatten. Die Opazität kann ich so ungefähr auf einem hohen Wert lassen. Schattenrichtung stimmt. Ja, und dann bin ich schon beim Titel. Und wir waren hier am Koma See. Das war Domaso. Also schreibe ich als Zusatzinformation Koma See mal rein, damit der Zuschauer weiß, was er dort sieht. Die Schrift kann ich hier auswählen. Alles wie gewohnt, die Schriftgröße, Schriftfarbe. Ich mache sie noch fett. Dafür muss sie aber immer markiert sein. Das sind so die wesentlichen Features. Damit diese Sprechblase jetzt nicht einfach so knallhart in das Bild reinkommt, möchte ich gerne noch ein Keyframe anwenden. Und zwar die Position finde ich so okay, aber die Opazität gefällt mir nicht. Das heißt, am Anfang soll die Opazität bei Null sein. Die finden wir hier. Ich setze sie bei Null. Und nach zwei Sekunden soll diese Kasten aufgehen. Ich stelle hier die zwei Sekunden ein, gehe auf die Return-Taste, Cursor springt hier hin, mache den nächsten Keyframe, gehe auf Opazität 100% und das war's. Jetzt habe ich eine eigene Form erstellt und deswegen muss ich auch einen Namen eingeben, damit das dann in meinen benutzerdefinierten Vorlagen auch erscheint. Ich nenne sie mal Koma See. Dann kann ich sie wieder leicht finden, bestätige das und jetzt ist meine Form erstellt und jetzt ist sie unter Benutzer definiert drinne, Koma See. Ich kann sie auch über die Bibliothek suchen, wenn ich auf alle Inhalte binne, gebe ich jetzt Koma ein und dann habe ich die Form. Okay, so habe ich eine eigene Form erstellt, die ich jetzt auf meinem Videoclip anwenden kann. Ich ziehe diese eigene Form runter auf eine freie Videospur und spiele das Video ab und hier sehe ich jetzt schon, so ist die Größe, also relativ gut gewählt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das hier noch ein bisschen runterziehen oder hier so ein bisschen in die Mitte ziehen. Wir warten mal ab. Wir spielen mal das Video ab. So, das ist eine Drohnenaufnahme gewesen, die ich da machen könnte. Wir hatten einen schönen Tag, also Koma See ist wirklich toll und jetzt wird das hier eingeblendet. Ja, also ich finde, das ist jetzt hier deutlich zu lang geworden. Das heißt, ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, ich mache das direkt so, indem ich hier das einfach so angreife, ja, und ziehe es hier so ein bisschen hin. Ansonsten finde ich das hier so ganz schick. Und jetzt seht ihr schon, die Schrift, die passt sich der Form mit an. Wenn ich jetzt allerdings sage, naja, irgendwie passt das alles nicht so, das möchte ich doch anders haben, dann mache ich wieder einen Doppelklick hier drauf und schon bin ich jetzt wieder in dem Formdesigner drin und könnte noch weitere Anpassungen machen. Ihr seht die Form nicht, weil ihr habt ja ein Keyframe eingegeben und da es immer an der Stopposition, also am Anfang ist, keine Opazität, deswegen nicht wundern. Geht ihr hier hin, seht ihr das und dann könnt ihr quasi am lebenden Objekt eure Anpassung vornehmen. Mir passt das soweit alles ganz gut und für mich habe ich jetzt diese Form erstellt, um hier dem Zuschauer zu sagen, wo das ist. Habt ihr schon mal mit dem Formdesigner was gemacht? Wenn ja, würde es mich interessieren, was ihr damit so macht, welche Schwierigkeiten oder welche besonderen Erlebnisse ihr damit habt. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich sehr über ein Abo, ein Daumen hoch und sonstiges Feedback und ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.